Bähne, immer noch der Ungar. Und Tor! 32. Minute, 2 zu 0 durch den Ungarn, Bähne. Wollen wir uns auch das noch einmal aus der Torkamera-Perspektive anschauen? 2 zu 0 der Torschütze, die Nummer 7, Bähne. Ja. Bei Auswahl nur noch und es werden jetzt Uwe-Uwe-Rufe, HSV-Anfeuerungsrufe, Brachhaber, Möglichke, mit einem Hackentrick stellt Gerd Müller das alte Ergebnis wieder her. 4 zu 1. Schönes Tor von Gerd Müller. Er ist noch einmal abgewehrt vom HSV, aber nicht weit genug. Bähne ist da. 4 zu 1, Torschütze Müller. Bester links außen, trotz eines George Best. Tja, wunderschönes Tor. 5 zu 2 und der Torschütze ist Mescheli von Wasasch-Budapest. 56. Spielminute, 5 zu 2 für die Weltauswahl. Schauen wir uns auch diesen Treffer, diesen fünften Treffer noch einmal an. Ungehindert kommt der Ungar zum Kopfball und der Verteidiger links am Pfosten geht weg, statt zum Kopfball.